ich muss meine audio erst mal noch auswählen wieder danke ja alles gut alles gut mal weiter nicht hallo ist gar nichts aussehen das war eine lüge wieder ein gami ich spiel wenn anders damit ihr nicht verwirrt seid wer wer ist auch wenn man zieht ist schwer zu erkennen wenn man auf ein bildschirm guckt ok der eis 6 der ist der typ der blaue jetzt stehen wir auch und verbrüge nun und ich wechsle erst mal kamera wo bin ich kraft jetzt muss ich lesen ach so wir waren wir hatten noch mal leicht weitergespielt aber dann auch so und zwar er ja oh nein naruto schon wieder ich habe es auch gesehen dass ich da muss eine halte bindung sich in uns geschafft haben beim auferrat ich schon eine wieso kurz bevor ich sie getroffen hat was bedeutet das genau so redet er es gibt nicht viele berichte über das mit dem ich beschworen hatte hoffentlich finden wir es bei der haus auch hau ja hast du es gehört alle wie komisch juli reden setzen und zu bewegen kraft nicht zu lassen dass die besonders genutzt auch gut warte mal wie bitte oh hat die jährlich gewollte körper besteht aus schatten würde ich auch nur ein sonnen stahl du bist professional zwischen frohe du erzählt ich war ja noch nie blau ist er über hässlich schatten erschaffen wir haben hier ein bug doch hier ist ein bug nicht noch ein bug du hast einfach keine energie du vollidiot nein weil du keine energie hat sich das spiegelspiel oder du ich warte doch mal kurz ist es mir so angekommen dass dort hier gibt das ist vielleicht hier die feier gelockt haben ich meine ich habe das nicht wie auch in der ersten folge schon gesagt ich habe ihn jetzt die lauf kommt so typen geblieben weiter hätte da ist noch einer wo es wäre noch eine hier ist doch keiner werner Achtung hier kommt gleich einer um die Ecke den musst du auch schon killen äh hier drüben war einer den musst du killen Schattentötung plus 100 Achtung da hätte ich bemerkt sehr schön das lernst du es wieder ich glaube hier war irgendwo eine schrift rolle kann man mit warte ich muss die typen händen killen der frau ist wichtiger da war einer super er hat die schrift oder gefunden wo der fahne die tatsache da vorne ich sehe die nicht wo ist die schrift da war ich sie schon habe nein du siehst ihn nicht weil du sie schon hast doch da ist sie doch eindeutig man sieht es auf aufnahme ja teuer sein dass sie weiter sich schon mal eingesammelt hast ja was hast du nicht gesagt doch weil ich habe deswegen siehst du sie nicht habe ich gesagt noch gesagt nee deswegen sehen ich gar keinen gender doch scheiß lügner wir werden jetzt ja ach 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 was machst du da ist die frage was soll ich denn sonst machen sich umbringen die gegner zu killen oder er war schon nicht solle ich weiß wo sie ist ich hier bei den drachen geh doch durch tut doch mal holen hier ich sammeln ein ok jetzt kann ich sterben hallo alles gut äh den vorgärsten durch den freigestellten kann es gehen f1 aber du brauchst nichts zu gehen weil du den vorgesehen hast aber den fleisch an ich jetzt frei ja nach dem level ähm es wird ja sterben nicht so schnell du loser ja garten ausrufe zeichen ja ich bin von tief gesprungen ich benutze übrigens keine abilities bis der weg hat also außer vielleicht das sofort verschwingen und weg machen und halt die ist wie ich nicht weg machen kann da kommt gleich noch einer du musst hin ok ok dahin ist noch einer ich gehe immer rechts von uns oh mein pass auf man kann ja auch schatten setzen das ist echt klug ja die teilen sich alles gut achso äh ist dann zwei komm her ey du hast ja so einen drachen der weg 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 immer noch weg wir machen da beteckt dann bist du da drauf ja 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 was ist alles wurde hat keiner lang gestalten da habe ich den eigenen doch gekämpft hast du mich doch habe ich das geht auch man hat es gesehen okay niemand hier ich war das eine fähigkeit ja aber ich mag die vereinsleve ich jeder aber ich sehe ob alle noch leben ja ob irgendwer noch überlebt hat denn wir machen ja kein mal alarm und alle rechts einer links einer rechts einer links an der kommt doch gerade einer was machst du denn da war da wo bist du nach drüben die zwei mit den anderen ich gehe den hinteren also der dazu und er ist der weiße der gelbe der weiße gelbe gelbe soll ja der gelbe gelbe mal okay drei zwei eins der reichel geschahen bei mir ja aber irgendwie reichen Zentimeter hinter ihm Prozent da oben ging es hier war irgendwas Achso ne war der Ende ist erst mal ne Kugel oder ja da wird eine ja und hier wird was angezeigt doch her hier bis nur hier naja gut da ist eine vorgleiche fliege klar nicht der kann ich ja wo das haben wir so in den aufzeiten kannst jetzt drücken und er macht so einen Pfeifen C ne dann haben wir den Vogel noch nicht anscheinend oder du nicht oder er drückt mal auf F1 hast du ganz unten nicht kann ich nicht kannst du F1 drücken ich habe doch gar schon nachgeguckt ob ich ihn fechern kann kann ich nicht reich halten du kannst ja kann nicht kann nicht kann ich kann ich so bin er dass man mit space schließt anstatt mit dingen zu was hat mit escape das ist übelst dumm was schließt man mit space dieses F1 ding soja ich bedrück den mal drauf hatten erschaffen das ist ja nicht schatten leser steht neben mir erfinden er ist bei mir aber bei mir auch SC aber egal achso ja ups muss ja anders hatten muss dann das ding hier drin weiter ich muss regenerieren ich habe ihn gefunden ich habe da Angst ich bin so gut in dem game ja der Vogel ist der typ sind unsere erinnerung ich bin so gut ist guckst du warst starts weil du wundervollst du bist soos Portiel du wundervollst du ging und der Alain das ist ja nicht so cool ist nicht so toll du bist Du wundervollst du begann dich was bedeutet ich habe nicht nur gespielt ich weiß es nicht warum was das angemacht das ist immer nicht hieß während der aufnahme gefühlt als wäre ich dort was habe ich benutzt ist das licht ist wenn du schon die schaden ist benutzt kannst du kein licht geweiht sein und du wurdest es heute abend geboren weißt du noch aber ich erinnere ich dann wessen kommen wir das unter tut mir leid ich weiß es nicht vielleicht kommt uns auf dem weg in die stadt eine idee interessant und wie kann ich das wie kann ich uns sehen und die kai hohe im auge behalten er solltun zu den talisman entführen kann das mag das magische siegel mit dem kai ho mich gefangen hat zieht seine kraft aus ex talisman müssen sie alle finden um das siegel zu brechen brauchen sie also bevor wir dich retten können ja und dank des abends werden wir die die ganze nach für die suche brauchen aufhändlich so ist ja so eine nacht hat auch gewissen zusammen jetzt kannst du was f1 nein c jetzt heißt er so kannst du pfeifen das ganze spiel mit 1 wie viel kostet der zweite rabe also ganz unten ganz links das zweite upgrade ja da sehen schon gar gedrückt ja da hat sie auf ein feindliche wache und markiere sie mit er der standort markierte der standort markiert herr feinde ist jederzeit sichtbar bei der kurse markiert dein ziel er und behält dein standort jederzeit im auge oder was genau das habe ich und jetzt noch das danach wenn es ganz drei ja okay wie viel hast du null okay dann müssen jetzt drei stücke äh jetzt weißt du das machen was müssen noch drei finden ich habe auch drei gesagt wo ihn kommt ein stück scheiße kann es jetzt auf dem gehrgegner erdrücken dann kommt so ein kreis über ja ja okay lass mich jetzt mal testen immer weg aber nicht pfeife dann wird es dahin angetragen vielleicht sollte nicht immer länger anzeigen ja warum sieht das so cool aus alles macht die leichen weg ja das ist ein instant links das ist leichen weg macht oh mein gott hier ist ein typ wie dumm ist das denn einfach um die ecke gekämpft ich habe kämpft gehen ja alle oben lang und kämpft um der ecke wie dumm ist das denn ich sagst du da hat ein text getestet ich habe nichts getestet der spieler programmiert mann haben gebraucht klug warum war der der rabein gesperrt okay also das ist ein ziel lassen ziel gibt es nämlich kill nachdem ich gerne gerade den um die ecke kriege auch noch ich sehe gerade keiner händen aber erst da hinten ach meine energie ist leer verhandelt hp 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 mehr gewonnen ist ja genau nicht oder fehl hatte doch mal auf mich ach da nicht drunter ich habe hier übrigens hier ist irgendwo eine schriftvolle der mercy verpasst wird doch aber angezeigt mit c nein wird sie nicht bei dir und die wechseln irgendwer da lang ist ja vorhin aber das geht doch gar nicht wenn wir einmal sterben dann ist es weg außer wir sind beim nächsten tipp und alles war mir nicht egal wiederholen wir das leider irgendwann mal nach klar spiel hat 0 16 level oder so es gibt aber noch posten so was es gibt einen bus hat ja einen wie soll ich mir das vorstellen oder nächste zwei es gibt zum minibus man kommt der haben wir schon lehlung gewährt keine ahnung elf oder so der letzte dann bei 16 weiß ich ob es genau 16 oder 15 oder so war mir kann er geschrieben ist weil seine oma und er kommt bei hause ich komme mit aus da sind leute oder ich markiere ich markiere immer das level karate alter bin ich gut keiner hat das gemerkt gleich sechs aber du hast den typ hier schon gekillt sehen die auch blut also schlagen die dann auch alarm nur bei leichen und das oder sie können die pferde von blut aufspüren aber das glaube ich nicht eins von beiden wir sehen sie es nicht oder sie können die pferde und laufen dann dahin schlagen aber erst bei einer leiche ich glaube hier war eine schriftrolle irgendwo hier naja hier irgendwo irgendwo um den schrein herum hier vielleicht ja 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 hast du noch eine noch eine zählen ja warte mal ich gucke ob hier irgendwer noch überlebt hat werden so sachen angezeigt also hier ist yumiko hier kann man sich auch doch mit wagen ja 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 komm mal mit okay guck mal hier ist der second weg da erst hier hätte man erstmal lang gehen können durch durch das bambus krass ne oooohh out of map ne und hier kann man sich auch doch mit wagen und jetzt kann man sich durch die tür da backen warte da aber müssen wir das level neu starten ist ja scheißegal dies muss ich dir zeigen kannst du also genau die ecke da treffen ich brauche erstmal schatten und so jetzt habe ich ein problem ich habe ich kicke kein schatten regeneriert nein an irgendeiner hatte das schatten bekommen jetzt aber jetzt okay er ist auch ein special für euch leute geht diesen weg dann findet ihr nichts von wenn man so dumm ist wie ich wie ich warte ich krieg das in warte die zeit lassen die zeit als text es gibt den spiel so hat er auch glaube ich eine tür wo du da da bin ich krass ja ja da bist du einmal so hochgebackt und jetzt sind wir auch doch mit jetzt hier kann man auch nicht mehr rein man kann aber so zurück nein 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 die willst du zurück also wir haben ein problem ein sechs du kannst dich an die kannte tippen das hausluten du kannst ja der erste hausluten das hat sie auch hier oben drauf aber lass uns doch das hausluten also die festgeglitscht alles gut um haben die es hier eingebaut Prozent wahrscheinlich einfach nur als Deko wenn man da hoch guckt Arsend Kassel ich habe ich glaube ich schaffe es zurück nee du kannst da bis zum punkt nur laufen ach so das haben die echt geprogrammiert für irgendwann mal ausgefallen wir können jetzt reseten äh du drückst escape und dann abcheckt auf neu starten es geht nicht ist ausgegraut bei dir ja und dann zurück zum Hauptmenü das war ein Special für euch dadurch ist die Folge jetzt auch auf 23 Minuten anstatt auf 20 Minuten würde ich sagen tschüss verpisst euch richtig äh bis zum nächsten Mal viel Spaß bei deiner Oma viel Spaß bei deiner Oma es ist auch das ist